Ist doch geil. Laura komm mal her. Komm mal ins Milko und sag ihm das. Ja. Welcher Raum war es nochmal? Oh Dominik. Ja was ist? Welcher Raum? Äh 35 immer noch. Which room? Okay, 35. Ich versteh gar nichts. Hallo du bist grad so leise. Hallo Robin. Hi, wie geht's? Perfekt. Und was machst du noch so? Boah. Cool. Ich versteh dich aber wirklich kaum. Weil es so leise ist. Jetzt besser? Ja. Ruhig Laura, ruhig. Ich bin immer raus. So. Music. Okay, ich drück ready. Starte. Geht nicht. Was frisst du wieder? Ja. Vielen Dank. Ich lege voll jetzt aber okay. Tschö. Let's move out. Okay, now it's time to kick Dominik in the ass. Alter, ich lege sowas von den Normen. Und ich hör mich selbst. Ich weiß, was kommt davon, weil ich dich ähm... Aufgegangen aus. Ja, 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 klar. Lautsprecher. Verstärkt. Alter, ist ja größer. Verrat mir. Hä, du bist in meinem Team? Was? Warum kommst du mein Team? Ich wollte mal einen Kill haben. Hi, ich sehe dich. Headshot. Matthias ist echt ein Killer, du. Findest du auch? Hm? Matthias ist voll der Killer, du. Findest du auch? Ja. Hm. Hm. Wie gesagt, ich uploade grad noch. Ja. Fire in the hall. Ah ja, du bist tatsächlich in meinem Team, ey. Ich glaub's nicht. Was soll das? Wetten, der verschwindet eh gleich. Du bist echt heut' gesprächig, Dominik. Ich weiß. Der ist auf... Der ist bei B. Bei B. Alter, ich bin auch am lecken, wie sonst nicht was. Zeig' ich mal. Ich find' dich schön. Hey. Bei mir leckst du gar nicht so doll. Ich glaube, du wirst nur irritiert, weil ich so lecke. Hm? Mein PC spinnt, Alter. Dude. So, jetzt kann ich laufen. So, jetzt... Jetzt lauf. Lauf, du. Frisches Rind. Gibt gar keinen Sinn, ey. So, Matthias. Oh, der ist bei A. Hm. Hey, Matthias. Komm mal. Oh, er ist tot. Er ist von uns gegangen. Ich lecke bestimmt sowas von enorm. Ah, ist doch ganz... Ist doch ganz nice. Und... Juhu. Du meinst, ich flieg' erstmal in die Luft. Weil du's drauf hast, oder? Ja, weil ich's kann. Was er sich wohl denkt. Ey, warum bringt er sich selber hoch? Ah. Oh, Bidjim. Den kenn' ich, Bidjim. Das ist irgendwie ein, äh, Belgier. Oder so. Hm. Ja, in der Tat. Du-du-du-du-du-du-du-du. Huh, da ist er. Hallo. Ne Granate für dich. Und, ist er tot? Wah! Wah! Nein! Ich bin runtergefallen. Hilfe! Hilfe! Okay. Da geht, äh, da geht in unsere Base. Achtung, von hinten. Kennst du doch, von hinten ist er. Ja, ich weiß, wo er ist. Er ist oben. Okay. Hä? Wie kann der Bombe platziert haben? Du... Das sind zwei. Da oben! Wo? Oh. Oh, oh. Oh, oh. Ich hab' ich gröntet nicht ab. Jo, ich gröntet nicht ab. Ich nicht. Äh, äh, äh. Alter, ey. Das ist echt schwer, wenn man leckt. Hm. Das ist sozusagen ein Tutorial, wie man schafft. Wenn man leckt. Aber der... Hier ist es schon... Hä? Is learning by noobing. Alter, fress, fress, fress. Was? Ja, ja, ich mein' dich. Du machst mich ganz hungrig. Na, 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 na. Da, 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 da. Der ist oben irgendwo hier im Kreis. Da, 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 da. Da, 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 da. Der versucht mich abzuschließen. Wer? Du meinst den hier? Hallo, Bitchim. Ey, ich hab' ihn getroffen. Oh, da ist er. Oh, er ist tot. Ich hab noch nicht mal Subblekill gehört, Alter, weil das so verleckt ist. Es wird sich irgendwie falsch an, wenn man verleckt sagt, oder? Irgendwie so ein bisschen. Ich bin voll verleckt. Hallo, Bitchim. Take this, my friend. Okay, er kommt gleich rauf, weil das kann, glaub' ich. Nee, der ist zu doof, der geht wieder in die Base. Ah, jetzt geht er nach da oben. Nein, 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 steck mich fest, Junge. Steckt da hinten fest? Da war fest, die steckt. Hä? Matthias, was ist los mit dir? Der bin hier getroffen, weil ich geleckt habe. Du? Ja. Alter, um ehrlich zu sein, wenn ich nicht lege, bin ich etwas besser. Das muss man schon so, ne? Anerkennen eigentlich, so. Feuer in die Halle! Feuer in die Halle! Mama! Welches Lied summ ich grad, Dominik? Lalalalalalalalalalalalalalalalalala Da 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 Ah, ah, ah Okay, okay, ich bin bei A. Mal ein Scherz. Okay, ja, ah. Danke für den Tipp, ah, also weil das bei B nicht war, ne? Ah, ah. Ah, ah. Die ersten Worte, die ich ihm beibringe sind, ah, ah. Was? Alter, dieser Matthias hier. Ich schreib jetzt mal richtig Noob. Hier, Noob. So. Hat er jetzt verdient. Okay, let's go. Fire in the hole. Move, Dominik. Move. Or you are die. Äh. Hallo. Scheiße, der war schlecht. Ja, jetzt mal woanders. Ich bin also voll von denen da hinten. Ja. Den hab ich getroffen. Alter. Headshots. Im Flug getroffen. Aber wieder dieser Matthias. Was ist denn das für ein super Kerl, du? A oder B. A oder B. A oder B. Ab. Ja, das wüsstest du gerne. Ah, natürlich. Mensch. Benutz doch mal das Messer, dann bist du doch schneller. Geht ja hier mit der Shotgun los. Heißt Handgun da noch und die will da nicht weggeschmeißen. Äh, du hast die grad aber weggeworfen. Ne, doch nicht. Tatsache. Ja, das ist manchmal so. Achtung, rechts, rechts. Nein, nicht die Wand. Links, 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 links. Nein. Nein, was machst du links? Genau da. Der kommt von hinten. Äh, ja. Dachte ich zumindest. Was? Noll. Alter, du bist so ein Playboy. Ich dachte, ich bin am Leggen. Okay. Ist lustig. Ich auch. Und warum liegt das am Leggen? Äh, warum laggt man natürlich, wenn man einen Upload macht? Machst du auch einen Upload? Ja. Fettner kommt jetzt von rechts, dann ist er tot. Ist er tot? Oh ne, da kommt er wieder. Alter, was hat er alles ausgehalten da? Das wird wohl A sein. Ja, klar. Ich spring runter. 20 Minuten später kommt dann die Anzeige, du hast HP verloren. So, Matthias ist tot. Und noch dieser Barry. Ach, du bist tot? Hä? Ich kann dich entschärfen. Ey, Highlight. Ich kann dich entschärfen. Hast du gesehen? Du kannst was? Ich konnte nicht entschärfen. Hat echt viel Sinn, wenn man nicht entschärfen kann. Boah, was für ein Profi dieser Hugo Boss. Ja, der entschärft ne Bombe, Junge. Fress, 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 alter. Okay. Jetzt kommt die alles entscheidende Runde. Legger gegen, äh, Real-Spieler, die nicht lenken. Streng dich an, Gamer-Freak. Du hast, sag und schreibe, null Kills. Nein, ich hab einen. Nein? Du hast neu. Loll, warum hab ich null? Ich hab... Du bist, äh, nicht gerade gut. Feuer in die Halle. Nein, ich hab einen. Warte, das ist bestimmt. Ich war... Du hast wirklich Headshot, das hab ich auch gesehen. Hm? Meinst du das mit dem Headshot oder gerade eben irgendwas? Den einen Kill, den ich noch gemacht hatte, wo die Bombe eigentlich nicht abgelaufen waren. Ja, ja. Da stand bei mir auch Headshot von Gamer-Freak. Bombe hat geplant. Oh, B. 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 Da ich lege, hab ich kaum Chance. Sonst mach ich alles im Hundgang fertig, ey. Hat keiner eine Chance gegen mich. Dazu ist jetzt nochmal eine schöne M1185 irgendwie abgelaufen. Hallo, Belgien. Okay, gib mir Rückendeckung. Nein, ich kann wieder nicht entschärfen. Nein! Ich kann nicht entschärfen. Nein! Hallo? Warum komm jetzt nicht mein Desktop, Alter? Ich kann nicht entschärfen. Doch, jetzt geht's. Wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen, Dominik. Was sagst du dazu? Okay, gut. Sind wir Prost oder Noobs? Prost. So, und auch an dieser Stelle sage ich tschau und war mal ein netter Part, so aufzunehmen. Hast du das gehört, Dominik? Ist doch geil. Ich hab's aufgenommen, den Part. Findest du cool? Hm? Findest du auch cool, ne? Ja. Live, äh, out of, äh, nicht Videos machen. So, bis, äh, zum nächsten Let's Play oder so. Guckt mal Let's Play Together oder einfach bei mir beim Let's Play. Wir sehen uns dann irgendwann mal wieder. Das war ja einfach nur so ein Video aus Spaßes Halber. Bis dann. Für mich funktioniert Bтовkur wenn ich da immer bin. Bei dir die Staubschrabe da da oder ganz oben bin. Amn still hier. Vielen Dank.